Nur ein Pieks, die Corona-Impfschäden, die es gar nicht geben sollte. Wir impfen euch alle! Das ist Antifaschismus. Antifaschismus schreit faschistische Parolen, Digga. Also wir sind in einer verkehrten Welt angekommen, Leute. Mein Körper, meine Entscheidung. Wir haben mit Experten gesprochen und mit Menschen auf der Straße. Und wir haben versucht, mit all denjenigen ins Gespräch zu kommen, die verantwortlich dafür sind, dass Menschen ausgegrenzt, beschimpft und geächtet wurden. Neun Tage nach ihrer zweiten Impfung mit Biontech bricht Cheyenne Braun aus Hollfeld in Bayern zusammen. Oh! Ja, habe ich sie sofort reanimiert. Also war kein Puls mehr. Wegen nichts. Sie wollte ihren Geburtstag feiern unter Menschen. Deswegen musste dieses Mädchen sterben. Gleicht man die Höhen von Impffortschritt und Herzmuskelentzündungen aneinander an, um den zeitlichen Verlauf darzustellen, zeigt sich ein deutlicher Gleichschritt. Ich habe ihr gesagt, dass ich das rauskriege, was passiert ist. Und ich alle zur Rechenschaft ziehe. So ein wichtiges Video, Freunde. So eine wichtige Dokumentation. Wow. 6, 8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hassen uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Sweet, was ich puff, macht mich wieder zu Stounter. Ab geht der Peter, würde ich sagen. Peter, ey, den Mann, Alter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Meine liebe YouTube-Community, einmal Biceps für euch auf Nacken. Ja, wir gehen ins nächste Video rein, welches heißt, nur ein Peaks, die Corona-Impfschäden, die es gar nicht geben sollte. Ist ein etwas längeres Video, was in den Discord reingeschickt wurde. Deswegen gerne mal die Beschreibung abchecken, den Discord abchecken und euren Vorschlag in den Discord reinschicken. Ist ein etwas längeres Video. Ich weiß nicht, ob ich es mir ganz reinziehen werde, aber wir werden auf jeden Fall mal einen Teil reinziehen. Eventuell den nächsten Teil dann im nächsten Stream. Lasst dem Video jetzt gerne schon mal einen Daumen nach oben da. Schreibt ein Kommentarchen. Und ich würde sagen, es geht los. Ski. Oh shit. Wie impfen euch alle? Wer ist denn das? Das ist Antifaschismus. Antifaschismus schreit faschistische Parolen, Digga. Also wir sind in einer verkehrten Welt angekommen, Leute. Da ging es gar nicht mehr darum, lasse ich mich impfen oder nicht, sondern die Frage war eigentlich nur, wann hast du deinen Impftermin und welchen Impfstoff bekommst du? Dann kam dieses Infektionsschutzgesetz und das war dann eigentlich so der Startschuss, wo ich dachte, okay, jetzt wird es richtig gefährlich. Sie haben ja auch ziemlich Druck ausgeübt, gerade in Bayern, auf Kinder und Jugendlichen. Ich bin geimpft, sehr gut sogar. Sie haben ja für eine Impfpflicht gestimmt. Ja, 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 Digga. Wollte ganz schnell vergessen, meine Jutschen, ne? Moment, das kann dir helfen, muss es aber nicht. Es kann gut gehen, du kannst gewinnen, aber es kann auch schlecht sein und du verlierst. Wir gehören immer solche Blutgründe und Herzschmerzen. Wir haben, als sie hier ankamen im Koma, nicht damit gerechnet, dass sie überleben. Es wurden Menschen ausgegrenzt. Dann impfen, bis die Nadeln blühten. Impfen bedeutet Freiheit. Der Weg aus der Pandemie heraus ist die allgemeine Impfpflicht. Das ist diese miese Propaganda, die gestreut wurde, damit Menschen das einfach durchziehen. Es ist traurig. Man kann es nur immer wieder sein. Mein Körper, meine Entscheidung. Und wenn du eben Angst und meine Existenz hast. Und das ist ja das Traurige so. Auch wieder ein Bruder, der hier in den Chat reingekommen ist. Es ist mein Körper und es ist meine Entscheidung. Und wenn ich das nicht mit mir machen lassen wollte, dann war ich der Böse in der Gesellschaft. Dann war ich derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass andere Menschen sterben. Dann war ich der schlechte Mensch. So hat man es hingestellt. Und Leute wie du haben dazu beigetragen, dass es aufgespitzt wurde. Dass Leute innerhalb der Gesellschaft einfach anderen Leuten vorschreiben müssen, wollten, was die mit ihrem Körper zu tun haben und was nicht so. Weißt du? Wenn du Angst davor hast und wenn du denkst, dass der Shit real ist, dann lass dich impfen. Aber lass mich in Ruhe, weil ich will meine eigenen Entscheidungen für mein Leben treffen. Und auch die Konsequenzen dafür trage ich gerne so. Wenn ich dann sterbe, dann sterbe ich halt. Aber das ist meine persönliche Entscheidung und nicht deine. Dann setze ich mich halt hin und lasse mich impfen. Krass gemacht, aber das ist eine Doku, ne? Man kann es sich kaum noch vorstellen, aber noch vor anderthalb Jahren durften Janina und ich nicht in Restaurants gehen, ins Theater, ins Schwimmbad oder ins Kino. Viele von uns erinnern sich noch daran, wie es sich anfühlte, als Ungeimpfter irgendwo nicht reinzukommen oder ausgegrenzt zu werden. Ist so. Das haben die Leute auch ganz schnell wieder vergessen, ne? Die Leute, vor allen Dingen die Leute, die mitgespielt haben, die haben das Thema ganz schnell vergessen und hinter sich gelassen. Aber wir, die einfach ausgegrenzt wurden aus der Gesellschaft und nicht mehr teilnehmen durften, das hat ja auch was in uns ausgelöst. Weißt du, wie ich meine? Wenn du dann einfach nicht mehr am sozialen Leben teilnehmen darfst und siehst, dass alle Menschen, die die miese Propaganda geschluckt haben und es getan haben, das machen dürfen, dann macht es natürlich auch was mit dir. So. Menschen fühlen sich nie gut, wenn sie sozial ausgegrenzt werden. Nie. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen ist es einfach, es hat Spuren hinterlassen, es hat Schäden hinterlassen und das muss aufgearbeitet werden. Es gab sogar Weihnachtsmärkte, auf denen Hinweisschilder angebracht wurden. Die Weitergabe an Personen, die weder geimpft noch genesen sind, ist nicht erlaubt. Etliche Freizeit-, Kultur- und Gastronomieangebote standen auf der Liste der Dinge, zu denen Ungeimpfte keinen Zugang mehr hatten. Wir haben selbst erlebt. Die haben ihre Jobs teilweise verloren. Leute haben ihre Jobs verloren, weil sie sich nicht impfen lassen wollten. Wir sind mit unseren Kindern an den Türen der Elterncafés abgewiesen worden, weil wir nicht die richtigen Stempel im Pass hatten. Um uns soll es in dieser Reportage aber gar nicht gehen. Wir lassen Menschen zu Wort kommen, die Schaden davon getragen haben. Ich habe ein bisschen Gänsehaut. Ich küsse eure Seelen, ihr zwei. Dankeschön für diese Dokumentation. Körperlich, psychisch, beruflich oder sozial. Wir haben mit Experten gesprochen und mit Menschen auf der Straße. Und wir haben versucht, mit all denjenigen ins Gespräch zu kommen, die verantwortlich dafür sind, dass Menschen ausgegrenzt, beschimpft und geächtet wurden. Meine Tochter, die Cheyenne, die war ein sehr besonderer Mensch für mich und unsere Familie. Sie war ein absoluter Familienmensch. Neun Tage nach ihrer zweiten Impfung mit Biontech bricht Cheyenne Braun aus Hollfeld in Bayern zusammen. Oh, das tut weh. Und für die medizinische Behandlung. Die 15-Jährige will endlich wieder alles machen können. Ohne 2G-Beschränkungen. Oh, Digga, ich könnte weinen gerade. Sie war eine Party-Maus und sie wollte ihren 16. Geburtstag in der Disco verbringen und dann hat sie halt gesagt, na Mutter, das mache ich, dann können wir weg. Und dann habe ich gesagt, ja, dann feiern wir deinen Geburtstag in der Disco. Guck dir das an. Ey, bitte, sag mir, dass der Typ, der NPC von eben immer noch im Chat ist. Bro, NPC, meld dich mal bitte ganz kurz. Hör bitte mit zu. So, wirklich von ganzem Herzen. Ich küsse dein Herz. Guckt euch mal den Song an hier. In der Disco, ne? Guck mal, wie heftig das propagiert wurde, dass man sich impfen lassen soll. Alleine da muss man doch, also ich weiß nicht, alleine bei dieser Art und Weise, wie die Menschen versucht wurden zu überzeugen, dass sie das tun müssen, ne? Allein das sollte doch bei einigen Menschen so ein Nachdenken anregen, dass du dir denkst so, hä, wie jetzt die geben Bratwürste aus, wenn du dich impfen lässt, wie jetzt die machen so komischen Songs, wie die bezahlen voll viele Influencer, dass die voll die krasse Werbung machen, damit man sich impfen lässt und so. Da denkt man sich doch schon, das war doch noch nie so. Weißt du, was ich meine? Warum wird das getan? Da sollte man doch irgendwie anfangen zu denken. Alles gut, mein Schatz. Alles gut, mein Schatz. Ja. Boah, das tut weh, das reinzuziehen, aber es ist wichtig auch. Arm hoch. Beim Abend. Die Leute sind aus Solidarität zur Gesellschaft in den Lockdown gegangen. Das ist der erste Satz von diesem Dennis M. Aus Solidarität sind die Leute in den Lockdown gegangen, okay? Was denkst du denn, wo diese, was das ausgelöst hat, dass die auf einmal ihre Solidarität zeigen sollten, so. Denkst du, das lag daran, dass sie auf die Straßen gegangen sind und tausend Leichen rumliegen gesehen haben und gesehen haben, es geht eine Krankheit durch die Welt, die Menschen alle tötet, so. Oder denkst du, es liegt daran, dass das propagandatechnisch im TV so gestreut wurde, dass man aus Solidarität zu Hause bleiben soll? Woran denkst du, also woran denkst du, hat es gelegen, dass die Leute das mit sich machen lassen haben? Von sich selbst aus, von dem, was sie mit ihren eigenen Augen gesehen haben oder mit dem, was sie in ihren Köpfen rein programmiert bekommen haben? So. Das ist mal die erste Frage, die ich dir stellen würde an der Stelle. Gut. Wir haben gegessen und ich habe den Kartoffelbrei auf den Tisch gestellt. Sie ist wie immer gekommen von einer Freundin und hat sich an den Tisch gesetzt und war voller Freude. Mama und ich, ne, ich habe die wieder gesehen und ich freue mich so sehr. Und ihre Mutti ist da aus Hamburg und ja, und auf einmal ist sie zusammengebrochen. Und, ähm, ja, auf den Boden gefallen. Ich habe erst gedacht, sie macht einen Witz. Sie hat manchmal das an sich gehabt, dass er einfach jemand veräppelt. Ja, ich dachte das erst und dann, ja, habe ich sie sofort reanimiert. Also war kein Puls mehr. Nichts mehr, der Mund war schwarz, ähm, die hat sich geringelt gehabt noch. Die eigene Achse eben, ne. Also ich habe, wie gesagt, das sage ich immer wieder, ich habe sowas noch nie gesehen. Es war ganz schrecklich, ja. Und dieses Bild, ähm, habe ich auch immer, immer noch und immer wieder vor Augen, ja. Eine absurde Idee, die AfD in Altbett. Rest in Peace, ja. Macht eine Mahnwache für Impftote. Also das sind alles so völlig absurde Dinge, die immer wieder stattfinden. Und die Impfte. Absurde Dinge, dass eine Mahnwache für Impftote gemacht wird. Klar, ist absurd, Bro. Wir sind sehr sicher und sehr wirksam. Nach ihrem Zusammenbruch der Notarzt Cheyenne auf die Intensivstation nach Bayreuth. Während der Fahrt wird das Mädchen eine Stunde lang reanimiert, später nach Erlangen verlegt. Die Diagnose auf dem Arztbrief Post-Vakzinale Myokarditis, Herzmuskelentzündung nach Impfung. Ich hatte Hoffnung, dass... Ich denke, einfach junge Menschen, die nicht krank waren und die nichts hatten, weißt du, was ich meine? Digga, das ist doch so traurig, Bro. Vor allem die junge Menschen, das hat ja auch der Herr Dr. Wolfgang Wodak bei uns in einem Interview gesagt, dass vor allem die junge Menschen, die einen gut funktionierenden Körper hatten und die noch wachsende Muskeln haben und so, davon am meisten betroffen sind, von diesen Herzmuskelerkrankungen und davon einfach wegsterben. Wegen nix. Wegen nix. Sie wollte ihren Geburtstag feiern unter Menschen. Deswegen musste dieses Mädchen sterben. Dieses Mädchen musste sterben, weil sie frei sein wollte und nur frei sein konnte, wenn sie sich irgendwas in den Arm reinjagen lässt, so. Das muss man sitzen lassen, Digga. Denkt darüber nach, meine lieben Freunde. Auch alle Leute hier im Chat, die vielleicht, die hier das noch verteidigen und so, sind es für euch Kollateralschäden? Berechtigte, berechtigte Kollateralschäden? Oder was ist das für euch so? Gelebt, aber ich habe gesehen, durch diese vielen Minuten, die vergangen sind, hat sich ein Hirnödem entwickelt. Und mir war klar, dass er viele, viele Beeinträchtigungen hätte, wenn sie weiter gelebt hätte. So, mein Schatz, alles gemacht. Das liegt so auf dem Bach. Boah, das muss so schlimm gewesen sein für die Mutter, ne? Das muss so schlimm gewesen sein für die Mutter. Alles gut. Oh, mein Schatz, sie, ne? Alles gut. Doch es ist zu spät. Das bricht mein Herz gerade. Doch anstatt den Tod der Schülerin weiter zu untersuchen, erklärt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft damals gegenüber der Lokalpresse, und schließlich wurde von der Mutter eine Einwilligungserklärung unterschrieben. Herzmuskelentzündungen seien zwar selten, aber eben bekannte Nebenwirkungen der Schließlich wurden von der Mutter die Einwilligungserklärung unterschrieben. Covid-Impfungen. Auch andere Kinder und... Aber wie hat man uns denn aufgeklärt über diese Corona-Impfung so? Alle Leute, die versucht haben, darüber aufzuklären und was das mit unserer DNA verändert und was dadurch passieren könnte, die wurden ja defamiert. Die wurden ja nicht eingeladen in irgendwelche Talkshows oder so. Und die Leute, die geimpft haben, selber haben nicht wirklich aufgeklärt. Da hast du irgendwas unterschrieben, keiner hat sich das wirklich durchgelesen. Und dann wurde in den Medien von den Leuten, denen die Leute vertrauen, also sowas wie Lauterbach im Fernsehen ARD oder auch ein Bill Gates bei uns im Fernsehen einfach sagt, wir wollen die ganze Bevölkerung, wir wollen so und so viele Milliarden Menschen impfen, dies, das, bla, bla, bla. Die haben den Menschen vertraut so. Und haben das dann einfach durchgezogen. Ohne zu wissen, was eventuell passieren könnte. Und da hat die Politik und vor allen Dingen die Medien, die haben da einen Riesenbeitrag, also einen Riesenbeitrag geleistet, dass diese Sachen, die eventuell nebenwirkungstechnisch, also diese Wissenschaftler und Leute, die davor gewarnt haben, sich impfen zu lassen, bewusst in eine Ecke gedrückt haben, bewusst diffamiert haben, bewusst unterdrückt haben. Und deswegen haben die einen Riesenbeitrag dazu beigetragen und sind mitverantwortlich dafür, dass diese Menschen gestorben sind. Guck dir mal diesen Anstieg an, Impfkampagne. Guck dir das mal an, jo. Und die waren nicht mal gefährdet. Ich frage beim Gesundheitsministerium nach, was man dort zu dem starken Anstieg sagt. Die Antwort per Mail, Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen seien nur sehr seltene Nebenwirkungen. Gleicht man die Höhen von Impffortschritt und Herzmuskelentzündungen aneinander an, um den zeitlichen Verlauf darzustellen, zeigt sich ein deutlicher Gleichschritt. Die Krankenhausanweisungen folgen dicht auf Impfwellen. Dass der Anstieg keine Folge von Corona-Infektionen ist, zeigt der Vergleich mit den weitgehend Ungeimpften unter 10-Jährigen. Und die Inzidenz-Covid belegt, vergleichsweise wenige Menschen infizierten sich zu jener Zeit mit Covid. Crazy. Sehr gut aufgearbeitet, ne? Finde ich wichtig, diese Doku. Sie war mal kurzfristig da. Sie hat zwar nur vor sich hingestarrt, aber ich habe gespürt, dass sie mich versteht. Und in den paar Minuten, da konnte ich Gott sei Dank ein paar Sachen zu ihr sagen, die einfach für mich wichtig waren. Die habe ich genutzt. Diese paar Minuten habe ich genutzt. Ich habe ihr gesagt, dass ich das rauskriege, was passiert ist und ich alle zur Rechenschaft ziehe, die mit da dran schuld sind. Wir machen uns auf den Weg nach Kopenhagen. Dort lebt Peter Götze, Mitgründer des renommierten Forschungsnetzwerks Cochrane, das Medikamentenstudien auswertet. Der Spiegel bezeichnete ihn vor einigen Jahren als einen der profiliertesten Medizinprofessoren der Welt. Die schwerwiegenden Schäden der Covid-19-Impfstoffe wurden in öffentlichen medizinischen Fachzeitschriften... Krass, ne? Digga, das hat mich schon mitgenommen gerade, sag ich dir, so wie es ist, ey. Es ist aber wichtig, dass man das den Leuten zeigt, was es für Schicksale gibt, so. Weil darüber wird ja nicht wirklich berichtet. Die Leute werden teilweise alleine gelassen, weißt du, was ich meine, so. ...über diese Impfstoffe heruntergespielt oder weggelassen. Ich halte das für Betrug, weil ich von Menschen weiß, die ernsthaft geschädigt wurden, die aber nie in den Veröffentlichungen auftauchen. In einer aktuellen Analyse hat der Medizinforscher und Pharmakritiker verschiedene Studien zu Nebenwirkungen der Corona-Impfstoffe zusammengefasst. Einer sagt gerade, lass lieber Pyramiden-Dokus gucken, ist so harter Tobak. Naja, ich finde es wichtig, dass wir uns das angucken. Und ich finde, ja, wir müssen uns das nicht ganz angucken, weil es geht eine Stunde 38, aber ich will darauf aufmerksam machen. So, von ganzem Herzen. Deswegen bleibe ich drin. Unsere wichtigsten Schlussfolgerungen sind, dass einige dieser Impfstoffe das Risiko von Blutgerinnseln erhöhen. Und das Risiko einer Herzmuskelentzündung erhöhen können. Das ist sehr ernst, da ein bis zwei von 200 Personen daran sterben. Das ist der Hauptgrund, warum die Covid-Impfung Kindern mehr schadet als nützt. Ich frage beim Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte nach, wie man sich dort den starken Anstieg der Krankenhäuser... Ich finde es auch wichtig. Ich finde es wichtig, das zu verbreiten. Ich finde es wichtig, darüber zu reden immer noch. Und ich will meine Reichweite und mich dafür nutzen, um solche Themen und diese Message zu verbreiten. Weil Pyramiden sind auch interessant. Es ist auch wichtig, sich damit zu beschäftigen und zu gucken, was da wirklich passiert und so. Aber es ist extrem wichtig, sich auch mit den aktuellen Dingen, die in der Gesellschaft und die in der Politik und die um uns herum gerade passieren, sich damit zu beschäftigen. Weil, ja, wie willst du sonst denn was bewegen, wenn du nicht weißt, was überhaupt passiert ist? Weißt du? ...weisungen erklärt und welche Folge Herzmuskelentzündungen in jungen Jahren für das spätere Leben haben können. Die Antwort, man will nicht mit mir sprechen. Meine Fragestellung sei zu einseitig und tendenziös. Ist tendenziös, geht in die rechte Verschwörungsrichtung. Kann ich nicht drüber reden. Nee, ist klar, Digga. Auch bei der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie frage ich nach Erklärungen. Ein Sprecher antwortet mir freundlich, will jemanden suchen, der mir meine Fragen beantwortet, meldet sich dann aber, trotz meiner erneuten Rückfrage, nicht mehr. Wir fahren nach Hamburg. Krankenhausdaten zeigen nur schwere Fälle von Herzmuskelentzündungen. Doch auch kleine, unerkannte Verletzungen des Gewebes gehen nicht spurlos an Herzen vorbei, erklärt Kardiologe Henning Stehn. Jede Herzmuskelentzündung hinterlässt Spuren. Je fulminanter, also je aggressiver die Herzmuskelentzündung ist, desto mehr Funktion geht verloren. Und je besser auch der Körper sein Immunsystem aktiviert hat, desto besser kann er das Herz auch schützen und desto weniger Funktion geht verloren. Dass lange nicht alle Herzschäden auch erkannt werden, zeigt eine Studie des Chefpathologen der Uni Heidelberg, Peter Schürmacher. Schürmacher ist Mitglied der renommierten Leopoldina-Akademie. Im Rahmen einer Studie untersuchte er eine kleine Anzahl an Menschen, die bis zu 14 Tage nach ihrer Impfung plötzlich und unerwartet starben, ohne davor krank gewesen zu sein. Schürmacher konnte in 30 Prozent dieser Fälle einen Zusammenhang zwischen Impfung und Tod zeigen. In einem Interview mit der Welt warnt er davor, Herzmuskelentzündungen zu unterschätzen, auch wenn diese nur leicht sind. Wir wissen derzeit noch nicht, ob alle überstandenen Myokarditiden folgenlos ausheilen. Myokarditiden nach mRNA-Impfung können über alle Betroffenen hinweg ein breites Spektrum zeigen, dass je nach Verlauf und Konstitution der Betroffenen... Es ist klar, dass wenn du so eine Herzmuskelentzündung hast, das ist nicht so einfach, weil das Herz ist ja eines der wichtigsten Organe, was wir in unserem Körper haben. Und wenn das verletzt ist oder wenn da mal was passiert ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es dann natürlich auch Auswirkungen noch hat im späteren Verlauf vom Leben vor allen Dingen, auch wenn du dann älter wirst und eh schwächer wirst, etc. Und wenn du dich dazu noch schlecht ernährst und keinen Sport treibst und kein Cardio machst und so, das kann ich mir gut vorstellen. Von asymptomatisch, das heißt von Betroffenen nicht bemerkt, über ein Herz stolpern, eine Leistungsminderung, eine Krankenhausbehandlung bis hin zur tödlichen Komplikation reicht. Wir haben uns gefragt, wie viel ein Mensch über sich ergehen lassen muss, um einem höheren Zweck, beispielsweise dem Schutz der Allgemeinheit, zu dienen. Deshalb fahren wir nach Düsseldorf, um Carlos A. Gebauer zu treffen. Er ist Nichtsanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht. Seit April 2020 publiziert er zu Fragen der Pandemie und führt im Zuge dessen eine Vielzahl von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen. Bereits 2016 veröffentlichte er eine Sammlung von Fachaufsätzen. So erzieht man uns ja auch schon, dass wir hörig sein müssen, dass wir unübergeordnet Dinge aufgetragen bekommen und dann gesagt wird, das musst du jetzt tun. Egal, ob du es fühlst oder nicht, du musst es jetzt tun. Und es wird uns ja von klein auf so eingetrichtert und deswegen waren auch so viele Menschen, höre ich gerade in Deutschland so. Weißt du? Und ich bin gesegnet mit einem sehr großen Bedürfnis nach Freiheit und Selbstbestimmung. Das war schon immer so. Seitdem ich klein bin, wollte ich mir nichts sagen lassen und wollte immer so das tun, was ich für richtig halte und fühle. Weißt du? Gleichzeitig wurde ich auch mit einem großen Herz gesegnet zum Glück, was mich eigentlich immer die richtigen Entscheidungen treffen lässt. Weißt du? Und vor allen Dingen jetzt im Alter mit der Spiritualität, mit der Verbindung zu Gott und so. Ich habe ein riesen Freiheitsgefühl und ich habe ein riesen Bedürfnis danach, selbstbestimmt zu leben. Und das hat mich davor bewahrt, mir auch das eintrichtern zu lassen. Selbst wenn ganz Deutschland fast, nicht ganz Deutschland, aber das gefühlt ganz Deutschland mich gehasst hat zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Wahrheit ausgesprochen habe, bin ich mir trotzdem treu geblieben. Und ja, Digga, habe alles dafür getan, um selbst frei zu sein und so viele Menschen wie möglich auch frei zu machen. Weißt du, wie ich meine? Und Digga, das muss nicht jeder fühlen und jeder feiern, aber ich selber feiere das und fühle das auch, weil ich einfach ich selbst bin. Unabhängig davon, was mir Leute eintrichtern wollen, und was die mir gesagt haben, was ich bin und wer ich bin und wie ich bin und so. Ich bin das, was ich bin und ich bin stolz darauf. Fertig, aus. Mit dem Titel Die Würde des Menschen im Gesundheitssystem. Als Fachanwalt für Medizinrecht ist man immer wieder damit konfrontiert, sich zu fragen, gerade im gesetzlichen Gesundheitswesen, was darf der Einzelne von der Gemeinschaft verlangen und was darf die Gemeinschaft vom Einzelnen verlangen. Und die Würde des Einzelnen ist nun mal der geschliffene Diamant, sozusagen das kleine Stück Brillant in unserer Verfassung, das uns mitgegeben ist mit dem Satz, es ist unantastbar. Die Menschenwürde ist unantastbar. Und in dem Moment, wo wir die Menschenwürde antasten, wird es illegal, wird es rechtswidrig. Und diese Abwägung muss man immer wieder neu finden. Es ist alles fürchterlich und ihr habt kein Leben mehr und euer Grundgesetz wurde ausgehebelt. Und all diesen Bullshit, den ich hier schon seit Wochen und Monaten höre. Alle Menschen, egal welchen. Da kannst du mir doch nicht erzählen, dass so ein Bushido jetzt da aus der Ecke kommt und dann so eine Story postet, damit andere Menschen geschützt werden soll. ...übertragen das Virus stärker, wenn sie ungeimpft sind. Impfen bedeutet Freiheit. Und Impfverweigerung schränkt unsere aller Freiheit ein. Wir arbeiten hier an der Herdenimmunität. Erledigen wir das Virus und kehren wir dann zur Freiheit zurück. Ihre persönliche Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, beeinflusst mein Leben. Beeinflusst... Warum denn? Inwiefern denn? Du bist doch geschützt, wenn du dich impfen lässt, so. Warum beeinflusst jetzt meine persönliche Entscheidung, mich impfen zu lassen, dein Leben? Und die Sachen, die hier eben gesagt wurden, stimmen ja auch nicht richtig, ne? Und wie die schreit und wie die das so rüber... Das muss man sich... Das ist... Wie gesagt, diese Zeit hat mir gezeigt, was möglich ist immer noch in Deutschland. So. Und diese Zeit hat mir auch gezeigt, wie es 1933 dazu kommen konnte. So. Da habe ich einfach gemerkt, wie die Gesellschaft funktioniert. Psychologie der Massen. Wie sie sich das wirklich so eintrichtern lassen und dann sogar der verlängerte Arm dieser Leute sind und dann auf den Straßen andere Leute diffamieren, wenn sie keine Maske anhaben oder beleidigen, wenn sie nicht geimpft sind. Crazy. ...leben von Millionen von Menschen in dieser Bundesrepublik. Da wird so ein bisschen Druck ausgeübt, wie wenn der Bankräuber in eine Bank geht und sagt, ich schieße nicht, aber ich drohe an zu schießen. So ähnlich war es ja in diesen ganzen Corona-Jahren, als dann die Impfung auf dem Markt war, dass Menschen gezwungen worden sind, durch Erzählungen sich impfen zu lassen und durch Engmachen der Räume. 2G oder ähnliches. Wer am Anfang der Corona... Schöne Bratwurse noch hinterhergeknallt. In Amerika wurden teilweise Haftstrafen unterlassen. Da waren Leute im Knast, wenn die sich impfen lassen haben, haben die einen gewissen Teil der Haftstrafe erlassen bekommen. Also es wurde wirklich alles getan, damit Menschen sich impfen lassen. Na, Krise. Warum? ...befürchtung äußerte, dass irgendwann über eine allgemeine Impfpflicht gesprochen werden könnte, wurde kurzum für verrückt oder für paranoid erklärt. Oder für Rechts, Nazi, Verschwörungstheoretiker, all dies. ... ... Und weil es ja schon wieder anders behauptet wird, auch in den sozialen Medien, ich gebe Ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. Niemand wird... Da siehst du doch, ey, wer diesen Jungs innen noch vertraut nach dieser ganzen Zeit, das ist einfach... Ihr müsst euren eigenen Verstand... Hört auf, lasst dieses betreute Denken weg und fangt an, selber zu denken und zu fühlen, Freunde, wirklich. Was? ... in den sozialen Medien, ich gebe Ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. Niemand wird in der Bundesrepublik Deutschland gegen seinen Willen geimpft. Und auch dieses Gerede, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen, aus welchen Gründen auch immer, ihre Grundrechte verlieren sollen, ist genauso großer Unsinn. Hm. 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 Impfpflicht geben, hieß es. Irgendwann galt es dann... Und gleichzeitig den Leuten in den... in ein Prügeln, so dass die schlechte Menschen sind, wenn sie sich nicht impfen lassen und aus der Gesellschaft ausgrenzen, so. Ist ja... Das ist kein Druck, Bro. Das ist immer noch eine freie Entscheidung. Aber ey, du verlierst deinen Job, wenn du dich nicht impfen lässt. Nur so. Ne? Aber ey, du kannst frei entscheiden. ... als krude Verschwörungstheorie und als Fake News das Gegenteil zu behaupten. ... Plötzlich war eine allgemeine Impfpflicht dann aber doch im Gespräch. So manches wird unbequem für Sie werden, wenn Sie sich nicht impfen lassen. Der Weg aus der Pandemie heraus, der Weg aus dem heraus, was wir jedes Mal, ist die allgemeine Impfpflicht. Die Impfpflicht als ultimatives Mittel, sie wird kommen. Das hat die neue Regierung angekündigt. Und wir reden hier nicht über einen... Das Krasse ist, die gleichen Leute, die gesagt haben, es wird keine Impfpflicht geben, niemals in Deutschland, haben dann gesagt, ich habe schon immer gesagt, dass ich für eine Impfpflicht bin. ... Zwang, sondern eine Impfpflicht, das ist ein riesengroßer Unterschied. Die allgemeine Impfpflicht hat damit eine positive Freiheitsbilanz. Die allgemeine Impfpflicht schützt unsere Freiheit. Nicht die Impfpflicht ist die Zumutung, sondern keine Impfpflicht ist die Zumutung. Wer ist das eigentlich? ... für die solidarische Mehrheit. ... listen to me, injection of love, I need it. Bei der Abstimmung im Bundestag fällt auf, dass insbesondere... Gibt dir das? Injection of love. ... SPD und Grüne mit insgesamt 281 von 296 Ja-Stimmen für eine allgemeine Impfpflicht waren. CDU, CSU, FDP, AfD und Linke kommen insgesamt nur auf 15 Ja-Stimmen. Zwar hat es am Ende keine allgemeine Impfpflicht gegeben, in einzelnen Sektoren wurde sie jedoch schon kurz vorher eingeführt. Bundeswehr zum Beispiel. Ich habe einen Bruder gehabt, der in der Bundeswehr war und der durfte nicht mehr in der Bundeswehr sein, wenn er sich nicht impfen lässt. Genauso auch in Unis teilweise und so. Also ich habe da echt Leute gehabt, die haben sich natürlich auch bei mir gemeldet, weil sie gewusst haben, bei mir finden sie Gehör und haben mir dann ihre Storys erzählt. Da gab es einige, die ihren Job verloren hätten und die nicht mehr weiterarbeiten könnten, wenn sie sich nicht impfen lassen. Pflegeberufen zum Beispiel gab es eine sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht ab dem 16. März 2022. Bei der deutschen Bundeswehr galt diese sogar schon ab dem 24. November 2021. 21, krass. Lörrach in der Nähe von Ulm. Hier wohnt Erik, seit zwölf Jahren Soldat bei der Bundeswehr. Sechs Jahre davon war er Teil einer spezialisierten Einheit mit zwei Einsätzen in Afghanistan. Ursprünglich kommt Erik aus dem Leistungssport. Es ist ihm wichtig, körperlich fit und gesund zu sein. Erik Mayutsa. Als die Corona-Impfung auf die Liste der duldungspflichtigen Impfungen kommt, entscheidet Erik sich dagegen, diesem Befehl Folge zu leisten. Stark, Junge. Und muss seit... Du warst da eh fehl am Platz, glaub mir. Für was kämpft man da? Für wen? Weiß... Wissen die meisten Leute gar nicht. ...Sanktionen leben. Er bekommt nur noch 50% seines Gehalts, darf seine Uniform nicht mehr tragen und die militärischen Liegenschaften nur noch in medizinischen Notfällen betreten. Krass. Guck mal, Digga. Ausgegrenzt. Du gehörst nicht zum Club. Raus. Für mich ist halt der Körper mein Tempel. Es hört sich so doof an, aber es ist halt... Ist nicht doof, Bro. Das ist genau... Das ist dein Tempel. Das ist genau richtig so. ...rein packe, das kommt halt auch wieder raus. Und wenn ich da halt irgendwas rein packe, was tendenziell eher gefährlich ist, ja, dann habe ich vielleicht für den Rest meines Lebens was falsch gemacht. Der hat gute Vibes, der Cousin. Sag ich dir so, wie es ist. Es ist nicht so, dass ich einfach gesagt habe, nee, ich will das nicht, sondern ich habe recherchiert und mich tot gelesen. Ich habe Hintergründe versucht zu verfolgen. Ich habe die Herstellerseiten kontrolliert, Selbstdenker, feiere ich. Nachgelesen. Quellenangaben mir rausgesucht. Medizinische Studien gelesen. Irgendwelche Vergleiche versucht zu ziehen. Ja, und dann kam halt diese Impfpflicht. Und bei mir war dann natürlich... So eine komplette Welt, die erst mal... Mies recherchiert. Guter Ansatz, mein Juts da. Glaubt mir, sei froh. Everything happens for a reason. Sei froh, dass du da raus bist aus der Bundeswehr. Konzentrier dich auf dich, dein Tempel, dein Leben, dein Spirit. Und leb ein vernünftiges, glückliches Leben und kämpf nicht für das Böse. Sag ich dir so, wie es ist. ... zusammenbricht. Also natürlich, ich kenne ja Impfungen. Also bevor ich in Einsatz gehe, habe ich ja sieben, acht, weiß ich nicht, wie viele Impfungen bekommen. Aber auch da bitte ich darum vielleicht, das ein Stück weit zu differenzieren zwischen herkömmlicher Impfung und mRNA-Injektion. Genau so und nicht anders, mein Juts da. Was genau ist eigentlich eine mRNA-Injektion? Zum ersten Mal haben wir so einen Impfstoff auf den Markt, also so breit gefächert, auf den Markt gebracht. mRNA-Injektionen wurden Menschen gegeben, die teilweise nicht mehr zu retten sind. Und dann wurde geguckt, ob man damit eventuell noch helfen kann. Und in vielen Fällen hat das auch für Nebenwirkungen gesorgt. So, da gibt es Studien zu auch, ne? Das ist ja mRNA, was ich darüber weiß, ist halt der Impfstoff, das ist insofern auch viel günstiger als normale Impfstoffe, weil dann quasi nur der Bauplan injiziert wird und du dir den Impfstoff selber in dir quasi zusammenbaust. Also dein Körper baut den Impfstoff selber zusammen. So, und das ist natürlich viel günstiger, als wenn du das außerhalb im Labor machst und dann erst injizierst, so. Aber dadurch kommen halt natürlich auch einige Risiken noch mit einher, über die man halt nicht gesprochen hat, bevor man diese Impfkampagne durchgezogen hat, sondern erst im Nachhinein. Bei einer herkömmlichen Impfung werden tote Erreger oder Bestandteile eines Erregers in abgeschwächter Form in den Körper gespritzt. Bei mRNA-Injektionen hingegen, an denen schon seit ca. 30 Jahren geforscht wird und die während der Corona-Krise erstmals offiziell zum Einsatz kam, liegt der entscheidende Unterschied darin, dass nicht der Erreger injiziert wird, sondern der Körper Teile davon selbst herstellen soll. Der Bauplan für das Protein eines Erregers wird durch einen Code an die menschlichen Zellen übermittelt, sodass der Körper dieses Protein dann nachbauen kann. Guck mal, Digga, war ich doch gut informiert eigentlich, ne? Siehst du mal, Digga, unsere Recherche zahlt sich auf jeden Fall aus. Wir sind immer mehr im Bilde, was die ganzen Themen angeht. Grüß eure Seele. Das Immunsystem erkennt das nachgebaute Protein als fremd und entwickelt Antikörper und Abwehrzellen. Diese sollen das Protein des Erregers dann sowohl jetzt als auch zukünftig bekämpfen und eliminieren. Und das klingt auch erstmal super. Doch das neuartige Verfahren hat einige Schwachpunkte. Unsere Zellen besitzen nämlich eine eigene Polizei. Enzyme, die aufpassen, dass keine fremden Gene eindringen. Das sind doch die T-Zellen, oder? Thymus, Drüse, den Mann, Alter. Schön aktivieren, meine Jutzen. Die Impfhersteller tricksen sie aus, indem sie die mRNA in Lipid-Nanopartikel packen, um sie unerkannt in die Zelle zu schmuggeln. Japanische Forscher haben an Mäusen und Retten gezeigt, dass sich diese Nanopartikel im Körper verteilen und sich auch in Organen wie Leber, Milz oder den Eierstöcken ansammeln können. Nanopartikel gelangen also in Organe, in denen sie eigentlich nichts zu suchen haben. Und bringen mRNA dorthin, die dort auch nichts zu suchen hat. Denn sie enthält den Bauplan für Spike-Proteine. Also die Proteine, die auch Coronaviren auf ihrer Oberfläche tragen und die Entzündungen und Blutverklumpungen auslösen können. Bei einer Corona-Infektion gelangen sie meist nur in die Atemwege. Die Nanopartikel können sie hingegen auch in abgelegene Körperregionen transportieren. Und an der Stelle liegt hier wirklich der Hase im Pfeffer. Der Hase liegt genau dort im Pfeffer, wo wir... Da liegt der Hase im Pfeffer, das habe ich auch noch nie gehört. Deutsche Sprichwörter sind manchmal richtig geil, ne? ...mit einem traditionellen Medikament behandelt haben, sondern mit einem, das noch in seiner Wirkweise unbekannt war. Das heißt, mit der Unbekanntheit, mit dem Unwissen wird in den Körper der Soldaten eingegriffen, weil nicht er für sich... Das ist ja das Kranke bei der ganzen Geschichte. Und diese Aufklärung hat nicht wirklich stattgefunden. Die Leute wussten nicht wirklich, dass es so ein unbekannter Impfstoff ist. Man hat es als Impfung verkauft. Und ich weiß noch, ich habe einmal so ein Video gesehen, dann von jemandem, der, ich glaube, das war dieser, der sich auch leider das Leben genommen hat mit den längeren Haaren, der auch immer im Wald die Videos gemacht hat. Und dann Menschen davor gewarnt hat und einfach, beziehungsweise einfach aufgeklärt hat, dass es eine andere Art von Impfstoff ist, als die normalen Impfstoffe, die wir früher immer bekommen haben, als Kinder auch und so. Und da wurde in den Kommentaren auch, also viele Leute haben ihm Recht gegeben, die natürlich so diesem freidenkenden Spektrum angehören, aber viele Leute haben den auch dann als, also diffamiert in den Medien und Rechter und Verschwörungstheoretiker und das stimmt gar nicht und so. Also jeder, der versucht hat, Menschen aufzuklären, wurde mundtot gemacht. Und das ist einfach, das ist schmutzig, wie die gespielt haben, schmutzig. ... eine Prognoseentscheidung stellt, sondern sein Dienstherr für ihn eine Prognoseentscheidung stellt. Auch Max ist seit mittlerweile fast acht Jahren als Soldat bei der Bundeswehr beschäftigt. Ihm wurde der Beruf quasi in die Wiege gelegt. Sein Opa, sein Vater und sein Bruder haben alle gedient. Und genau wie Erik hat auch er sich gegen die Corona-Impfung entschieden. ... dann hat mir... Weißt du, wie der hieß? Schreibt mal rein, meine lieben Freunde. Ich bin mir sicher, dass hier einige Leute im Chat sind, die den kennen. Der eine, ähm... ... mit den langen Haaren, der auch im Wald immer die Videos gemacht hat, teilweise. Wie hieß der nochmal? Ah, hier, Clemens, genau. Clemens Arway, genau. ... den Befehl schriftlich eröffnet, mit Unterschrift, alles drum und dran. Und am Tag X musste ich mich dann eben dort einfinden und hätte ich es nicht gemacht, ja, hätte ich nicht Folge geleistet, also eine bewährliche Verweigerung begangen. Und das ist halt der Punkt, an dem jeder Soldat dann sagt, der halt nicht weiter denken möchte und nicht weiter denken kann, ja, es ist ja halt ein Befehl, also mache ich das auch. Dazu müsst ihr euch mal unbedingt dieses... Wie hieß dieses Experiment nochmal? Oh, jetzt habe ich den Namen auch vergessen, oder was? Milgram. Das Milgram-Experiment. Da zeigen die ganz gut, zu was Leute imstande sind, wenn sie von jemandem, der über ihnen angeblich steht, Befehle bekommen, dann schalten die quasi ihre eigene Ethik und Moral ab und tun einfach nur noch Folge leisten. Und es ging so weit, dass Menschen, andere Menschen, die sie nicht kannten, die nichts Schlimmes getan haben, gequält haben mit Elektroschocks etc. Einfach, weil da ein Professor saß, ein Doktor saß, der gesagt hat, das muss so sein, das ist nur ein Test, das ist eine Studie, zieht das weiter durch. So, zieh weiter durch. Und die meisten haben bis zu ganz kranken Stufen mitgemacht. Und am Ende war der Typ, der da elektrogeschockt wurde, nur ein Schauspieler und hat gar keine richtigen Elektroschocks bekommen, hat aber so getan und rumgeschrien und so. Und die Leute haben teilweise extrem weit mitgemacht. Und genau so ist es auch 1933 gewesen, als Leute dann die Züge gefahren haben, zum Beispiel, wo Juden und andere Menschen in diese Konzentrationslager geschickt wurden und da gesehen haben, dass da teilweise echt die Leute sterben und wie die behandelt werden und getötet werden etc. Und die haben einfach halt mitgemacht, weil jemand, der übergeordnet war, gesagt hat, das ist okay, du musst das jetzt tun, das ist dein Job. Du musst nicht darüber nachdenken, mach einfach, was wir dir sagen so. Und das ist eine Sache, die da würde ich jedem hier in meiner Community auf jeden Fall sagen, fühlt immer in euch selber rein, hört in erster Linie auf euer Herz und auf Gott und auf das, was euer Gefühl euch sagt so. Wenn ihr ein Gefühl habt, dass hier was nicht richtig ist und dass hier was nicht richtiges passiert, dann traut euch das auch zu leben und das auszusprechen und dafür einzustehen so. Weil wir haben alle das Richtige in unserem Herzen drin und wenn wir auf unser Herz hören, dann machen wir keine Fehler so. Und das sollten wir uns nicht wegnehmen lassen, nur weil jemand übergeordnet ist, angeblich übergeordnet, und sagt, wir haben jetzt das und das zu tun. So weißt du? Ja, aber was macht ihr, was tut ihr eurer Gesundheit dann vielleicht an? Wisst ihr das? Könnt ihr das genau sagen? Wenn ich den Soldaten allzu sehr in seinen wesentlichen Grundrechten einschränke, dann merkt auch die Verfassung wieder auf und sagt, das geht jetzt einen Schritt zu weit. Und das ist genau der Punkt, den wir mit der Impfung erreicht haben, nach meiner festen Überzeugung. Und zwar nicht, weil es eine Impfung ist, sondern weil es eine experimentelle Impfung ist, eine, die nur bedingt zugelassen ist. Bedingte oder auch teleskopierte Zulassung bedeutet, dass das Zulassungsverfahren verkürzt wird, indem die einzelnen Phasen des Prozesses verknappt und teilweise zeitgleich durchgeführt werden. Was denkt ihr, wie viele von diesen Infos die Leute hatten, bevor sie sich impfen lassen haben? Üblicherweise dauert das Verfahren zur Entwicklung eines Impfstoffes, die einzelnen klinischen Phasen und das darauf folgende Zulassungsverfahren bei der Europäischen Arzneimittelagentur acht bis zwölf Jahre, oft länger. Für die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes kam ein solch langwieriger Prozess an. Digga, jeder, der da in Mies in die Recherche reingegangen ist und sich informiert hat, hat sich nicht impfen lassen. Alle anderen haben sich impfen lassen und die wussten nicht Bescheid. ...in Frage. Deshalb wurde er auf 18 Monate verkürzt. Kritiker befürchten jedoch, dass gerade das auf Kosten von Sicherheit und Wirksamkeit ging. Ein teleskopiertes Medikament kann nach meiner persönlichen Werteinschätzung Menschen zur Verfügung gestellt werden, die es selber freiwillig in ihrer individuellen Risikoabwägung nehmen möchten. Wenn ich sage, ich habe ein Medikament, das kann dir helfen, muss es aber nicht und ich weiß nicht, welche Nebenwirkungen es hat, dann nenne ich das eine Lotteriearznei. Es kann gut gehen, du kannst gewinnen, aber es kann auch schlecht sein und du verlierst. Diese Lotterie zu spielen, mag die Entscheidung des Einzelnen sein. Habe ich jemand anderem, den... Ja, aber wenn er nicht... Erstens, ich würde dir recht geben, aber da muss er auch im Vorhinein vernünftig aufgeklärt werden. Da muss er natürlich auch die Informationen haben und das Wissen, dass es so ist. Und dann die eigene Entscheidung treffen. Als erstes so. Weißt du, wie ich meine? Und allein das wurde ja nicht gemacht. Fehl zu erteilen oder ihn mittelbar sanft zu zwingen, an dieser Lotterie teilzunehmen, ist für meine Begriffe unlauter. Ich habe halt dann auf eine Aufklärung bestanden, weil... Und das noch zusätzlich dann. Dann wirst du noch gezwungen, sogar das zu tun, weil sonst verlierst du deinen Job, sonst verlierst du deine Karriere, deine Perspektive. Das ist einfach aus so vielen Hinsichten einfach schmutzig, was da passiert ist. Mein Eingriff geht vorher immer mit einer Aufklärung einher und das muss jeder Arzt können nach Paragraf 630, denn ohne Aufklärung gibt es keine Impfung. So, und dann hatte ich meinen Fragenkatalog letztlich dabei. Die Fragen hat er sich angeschaut und hat gleich gesagt, erstens, er hat keine Zeit dafür, die alle zu beantworten. Hörst du dir an? Finde ich unlogisch. Dann möchte er sie nicht beantworten. Nicht nur unlogisch, das ist auch ethisch, moralisch, als Arzt nicht vertretbar. So ein Arzt muss gefeuert werden. Dritter Punkt, er kann nicht die Fragen beantworten, die ich dort hatte. Das sind aber Fragen, die laut meines Anwaltes jeder Arzt draufhaben müsste. Aber wenn halt die Studien zu den Wirkstoffen nicht abgeschlossen sind, kann man halt Fragen nicht beantworten. Das ist ein sehr wichtiges Video, Freunde. Was sagt ihr soweit? Wie findet ihr das Video? Wie haben Sie sich denn gefühlt als ungeimpfte Person in den letzten drei Jahren? Wie wurde da so mit den Menschen umgegangen, die das nicht gemacht haben? Das war eben schrecklich. Ich fand das sehr diskriminierend. Auch von der Politik, dass da einfach nur nachgeplappert wurde. und es war alles nicht mit festen Grundlagen und sind alles nur Vermutungen, Hypothesen gewesen. Und da ist mir meine Gesundheit wichtiger, als jetzt irgendwie die haben gesagt und die haben gesagt. Ich bin sehr vorsichtig, das merken Sie, weil ich die letzten drei Jahre oft das Gespräch darüber vermieden habe und versucht habe, irgendwie so da durchzurutschen. Warum hatten Sie das Gefühl? Süß mit den grünen Haaren aber, ne? Du musst da vorsichtig sein? Ähm, um nicht in irgendwelche Schubladen gesteckt zu werden. Guck, 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 guck. Ich muss da vorsichtig sein. Ich darf mich nicht kritisch äußern, weil sonst bin ich ein rechter Verschwörungstheoretiker. Digga, das ist halt so. Das war krass. Was wären das für Schubladen gewesen? Ähm, Corona-Leugner, Rechte, alles solche Dinge. Man hat ja auch wirklich Gut farblich abgestimmt, die Dame, ne? Das Bild auch, was da vor ihr steht, die Brille. War ja echt. Äh, alles solche Dinge. Man hat ja auch wirklich gesehen, wie Menschen sich teilweise auch voneinander entfernt haben, dass teilweise Familien untereinander nicht mehr miteinander reden konnten, weil wer nicht geimpft war, war ja quasi Geimpft? Das ist in Berlin, wa? Ja, schuldig, ja. Oder schuld daran, dass irgendwelche Infektionszahlen steigen. Ja, nicht ganz so angenehm, ne? Muss man ganz klar sagen. Ist natürlich schwierig, ne? Wenn du in der Gesellschaft das so mitbekommst, dass die Debatte so aufgeheizt ist. Auch wenn du vielleicht ein bisschen wissenschaftlichen Hintergrund hast, hättest du dir vielleicht auch eine etwas differenzierte Debatte gewünscht. Das ist einfach das Thema. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, ne? Und dann fühlt sich natürlich schon... Ein bisschen gefehlt, das gab es halt gar nicht so, ne? Mal so ein bisschen in die Ecke gedrängt und so die ein oder anderen Kommentare, wie, weiß ich nicht, Tyrannen oder Sozialschädling, das ist dann schon ein bisschen hart, ne? Was man dann so zu hören bekommt. Die Keulen waren echt hart. Reiner Stinner. Kein Impfgegner wird wie ein Staatsfeind behandelt. Er darf nur hoffentlich bald nicht mehr unter die Leute gehen, weil er ein gefährlicher Sozialschädling ist. Aber er hat die Freiheit, sich nicht impfen zu lassen. Aber er hat nicht die Freiheit, mich zu gefährden. Denn momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften, die über das Zweidrittel der Geimpften bestimmen. Ich wurde immer so erzogen, wie hier in Deutschland, muss keiner irgendwas machen, was er nicht will, ja? Also das wäre ja so, wie wenn ich jetzt... Ja, das ist halt, wir als Generation haben das auch noch nicht mitbekommen, so. Die älteren Generationen, die haben das schon mitbekommen damals, so, ne? Auch Leute, die im Osten zum Beispiel groß geworden sind, das ist noch gar nicht so lange her, wo die Stasi technisch extrem eingeschränkt und kontrolliert wurden. Und wir als Generation haben ja eigentlich immer so freies Leben gehabt, ne? Wir wurden nie mit solchen Sachen konfrontiert. Und deswegen war das für viele Leute, die damit jetzt zum ersten Mal so konfrontiert wurden, auch ein Schock. So. Ja. Wir müssen sie jetzt tätowieren heute, ja? Weil ohne dieses Tattoo kennen wir ihre Identität nicht. So, da vorne ist ein Tattoo-Zentrum. Geht mal bitte hin. Ich fand das alles auch ein bisschen lächerlich, dass ich in meine Kneipe, dass ich da irgendwie mein Handy zeigen musste, um Bier zu trinken. Also ich fand das schon, es war so ein bisschen Real-Life-Satire alles, ja. Es war schon, also ich... Naja, es war aber real, Bro, das darf man halt nicht vergessen, ne? Es ist halt kein Film, so. Es war halt echt. Tumor genommen. Eine durchgemachte Infektion birgt nicht nur für alle Altersgruppen hohe Risiken. Sie schützt auch nicht so effektiv vor weiteren Infektionen wie eine Impfung. Wenn ich über eine Straße gehe, wissen, dass sich alle halbwegs an die Verkehrsordnung halte. Ich möchte auch wissen, dass jemand, der ein Auto fährt und damit auch eine Gefahr für andere darstellt, wie ein Ungeimpfter auch für andere eine Gefahr stellte, dass er einen Führerschein hat. Also ich finde das zumutbar. Das ist so krass, wie das so verdreht wurde die ganze Zeit, ne? Das ist so, ja, wenn du geimpft bist, dann kannst du keinen mehr anstehen. Das sind so viele Sachen, über die man reden kann, so. Was alles versprochen wurde, was die Impfung bringt, du kannst selber nicht mehr eine schwere... Also erstmal wurde gesagt, dass du dann die Krankheit nicht mehr kriegen kannst. Wurde ausgehebelt, stimmt nicht. Dann wurde gesagt, dass du die Krankheit nicht mehr weitergeben kannst. Wurde ausgehebelt, stimmt nicht. Dann wurde gesagt, dass du keinen schweren Verlauf mehr haben kannst. Wurde ausgehebelt, stimmt nicht. Spätestens nach dieser dritten Sache muss doch jeder gesehen haben, okay, fuck. So, irgendwie die ganzen Sachen, die versprochen werden, die werden nicht eingehalten. Und das stimmt so gar nicht, weißt du? Und dann sich noch so arrogant in so eine Talkshow reinzusetzen und zu sagen, dass jeder, der das nicht mit sich machen lässt, dann irgendwie andere schädigt. Und so, wenn du doch geimpft bist, warum hast du dann Angst davor, dass irgendein anderer dich... Die haben dir doch gesagt, du kannst nicht mehr angesteckt werden. So, das macht einfach vorne und hinten keinen Sinn, was die Leute da teilweise erzählt haben. Auch eine Körperverletzung, andere Menschen mit seinen ungeschützten Aerosolen zu belästigen. 2G... Pff, das Körperverletzung... Ey, Digga, 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 Ey, das ist so, ey, diese Zeit hat gezeigt, wie... Also das hat mir echt einen Status gezeigt, wie die Gesellschaft tickt und wie die Gesellschaft funktioniert. Und ich kann jetzt überwiegend nur von Deutschland reden, weil ich halt in Deutschland geboren bin und das da mitbekommen habe. Aber das ist einfach, das hat mir gezeigt, okay, du bist hier nicht sicher, so. Da kann irgendwas um die Ecke kommen, da sagen dann, ey, das und das und das und das und alle machen mit. ... dort, wo es rechtlich möglich ist, zum Beispiel auch, wenn Erwachsene ins Restaurant oder ins Lokal gehen. Wenn sie und ihre Freundinnen der Freiheit sich einfach hätten impfen lassen, als die meisten von uns so vernünftig waren und diesen einfachen Schritt gegangen sind, ... dann, dann wäre ich jetzt wieder frei. Oh, diese eine Olle, ne? Oh, jippie, die löst niedrige Schwingungen aus beim Lauflocklanger. Oh, ich muss zum Beach fahren, ich muss ins Wasser einmal kurz. ... zu verhindern, dass wir unkontrolliert von Welle zu Welle rutschen. ... stimmen die für einen Antrag, der die Herdenimmunität in Deutschland hochhält, sodass wir wieder das Virus besiegen können. Herdenimmunität... ... die Feste gibt mir Adolf-Vibes, schwöre ich dir. ... Freiheit, ein Ende der Pandemie. All das glaubt man in den Corona-Jahren durch Impfungen zu erreichen. So habe ich auch gedacht, ich habe erst nicht ausgesprochen, dann habe ich es im Chat gelegt, ich scheiß drauf. Für ein mögliches Scheitern hat man bereits einen Sündenbock. Die unsolidarischen Ungeimpften, die das gemeinsame Ziel sabotieren. Dabei ist die Vorstellung, dass Covid-Impfungen dauerhaft vor Übertragung schützen, von Anfang an eine Wunschvorstellung, für die es nie Anhaltspunkte gab. Bereits Ende 2020 warnte der Vorsitzende... Das ist so eine, die zeigt dich an, wenn du nach Nummer fragst. Sexuelle Belästigung. ... der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Wir wissen relativ sicher, dass eine sogenannte sterile Immunität, das heißt, dass diejenigen, die sich impfen lassen, dann die Infektion nicht mehr weitergeben, wahrscheinlich im Augenblick gar nicht erreichbar ist. Eine Impfpflicht vor dem Hintergrund dieser noch sehr vagen Daten für uns, die wir noch nicht mehr in einer wissenschaftlichen Publikation überprüfen können, ist in keiner Weise akzeptabel. Die Impfstoffe produzieren im Blut Antikörper gegen das Virus. Aber wenn man sich ansteckt, bekommt man es zum Beispiel in der Nase. Die Schleimhaut-Antikörper unterscheiden sich von denen, die man im Blut hat. Und der Impfstoff regt die Produktion der Schleimhaut-Antikörper nicht an. Es ist also möglich, dass man geimpft ist und trotzdem Viren in der Nase hat, mit denen man andere Menschen anstecken kann. Das ist für mich dann im klassischen Sinne auch keine Impfung so. Soweit ich informiert bin, nagelt mich nicht fest, ich bin kein Arzt oder so. Aber soweit ich informiert bin, gibt es keine andere Impfung, wenn du die hast, dass du dich dann trotzdem noch mit der Krankheit anstecken kannst. Also ich bin kein Arzt oder so, aber ich glaube, so etwas gab es noch nie in der Geschichte der Impfungen. Also würde ich das auch nicht als richtige Impfung, ist eher ein Medikament, oder? Eine Impfung zu empfehlen, die nicht vor Infektionen schützt und die dann auch erkennbar die Infektiosität des Menschen für andere nicht ausschaltet. In dem Moment, wo man das weiß, scheidet nach meinem Wertekanon aus, jemanden zu verpflichten oder gar zu zwingen, sich mit dieser Impfarznei behandeln zu lassen. Weil dann der Sinn, der Zweck, der positiv angezielte Nutzen nicht mehr erreicht werden kann. In den Zulassungsstudien wurde ein möglicher Fremdschutz der Impfungen nicht untersucht. Spätestens im Juli 2021 zeigt die Wirklichkeit dann eindrücklich, dass Geimpfte das Virus sehr wohl weitergeben können. In mehreren Ländern nämlich, die besonders viel geimpft haben, schießen die Inzidenzen in die Höhe. Gleichzeitig bleiben sie in vielen Ländern mit niedrigsten Impfquoten auf niedrigem Niveau und steigen erst im Herbst zur Saison wieder an. Aha. Die Impfdynamik ist eine Momentaufnahme und kein Beweis dafür, dass Geimpfte das Virus besonders stark verbreiten. Aber sie ist der Gegenbeweis zu der Annahme, dass Impfungen Wellen senken, eindämmen oder sogar brechen könnten. Wären diese Daten in Massenmedien thematisiert wurden, hätte das den Tabubruch verhindern können. Safe. Das passierte aber nicht uns. Passierte nicht, wurde bewusst zurückgehalten. Wurden Ungeimpfte nur wenig später aus vielen Teilen des gesellschaftlichen Lebens ausgeschlossen. Befeuert von einer gigantischen Marketingkampagne. Wir haben mit Anwalt Markus Pretzel darüber gesprochen. So ein wichtiges Video, Freunde. So eine wichtige Dokumentation. Wow. Die Bevölkerung ist bescheuert worden mit Werbung, zumeist von der Bundesregierung. dafür, sich impfen zu lassen. Ich lasse mich nicht impfen. Ah, da sind wir doch, Digga. Hier, Impfscope und Konsorten. Wenn ich Angst vor der Nadel habe, hattest du auch Angst, als du dich botoxen lassen hast? Oder bei den Tattoos auf deinem Körper? Ich glaube nicht. Ey, das wäre immer geil, wenn die Leute sich heutzutage nochmal dazu äußern würden. Ich impfe. Wäre nicht geil, Bro. Gerade nachdem jetzt rausgekommen ist, dass es viele Impfschäden gibt und solche Sachen. Mal gerade machen, mäßig so. Mal sagen, ey, vielleicht war das doch nicht. Oder mal ein Statement in die Richtung wäre geil. Das ist aber nicht nur die Bundesregierung gewesen, die das getan hat, sondern Herr Schahin als Person ist der Einzige gewesen, jedenfalls der Einzige, der mir bekannt ist, von den Impfherstellern, der selbst solche werblichen Aussagen getätigt hat. Und zwar konkret 2... Geimpfte sind nicht mehr ansteckend. ...10% Schutz liefert diese Impfung. Das ist die Aussage von Herrn Schahin gewesen. Und die ist unzutreffend. Pretzel geht nun juristisch gegen Biontech-Chef Schahin vor, hat Klage beim Amtsgericht Wiesbaden eingereicht. Krass, Digga, das war der Biontech-Chef. Das ist ja wild. Das habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Also der Biontech-Chef hat selbst gesagt, dass Geimpfte nicht mehr ansteckend sind. Ey, komm, Junge. Biontech-Chef Schahin vor, hat Klage beim Amtsgericht Wiesbaden eingereicht. Gut so. Mir geht es tatsächlich um die Frage... Hol einen Schahin, Mann. Was hast du gemacht? Ist es zulässig, dass jemand die Impfstoffe verkauft? Und da sprechen wir von Herrn Schahin nicht als Wissenschaftler, sondern als Unternehmer. Ist es zulässig, dass ein Unternehmer mit solchen nicht zutreffenden Aussagen sein Produkt verkauft? Und da habe ich ein ganz gewaltiges Störgefühl. Ich habe nichts dagegen, dass sich jemand mit dem Impfstoff von Herrn Schahin impfen lässt. Das ist jedermanns freie Entscheidung. Gut gesagt, gut ausgedrückt hier gerade. Aber das bitte auf der Grundlage von korrekten Fakten und nicht von irgendwelchen Wunschzahlen. Das ist ja das Problem, was auch der eine Arzt zum Beispiel angesprochen hat, auf den wir reagiert haben. Dass die ganze Pharmaindustrie, aber auch die ganze Medizin generell so verwirtschaftlicht wird. Dass die Gesundheit und das Wohl der Menschen nicht mehr im Vordergrund steht, sondern dass die wirtschaftlichen Interessen im Vordergrund stehen. Und das Geld und so. Dass es dann natürlich auch zu Interessenkonflikten kommt und dass so eine Ethik-Moral-Geschichte immer weniger noch stattfindet in dem Bereich. Dann über die Medien an die Öffentlichkeit geblasen werden. Pretzels Frau, die ehemalige AfD-Politikerin Frauke Petry, unterstützt ihn bei der Klage. Bei Corona haben wir erlebt, dass Politik in hohem Maße, aber jetzt im Fall von Herrn Schahin und Biontech eben auch ein Hersteller eines Impfstoffs, für mein Empfinden, unlautere Werbung benutzt hat, um dazu zu bringen, eine medizinische Maßnahme durchführen zu lassen, in dem Fall die Impfung. Und Politiker haben das aufgegriffen. Und das halte ich für grundsätzlich gefährlich, deshalb, weil a jeder Mensch anders ist und jeder Mensch unabhängig von der politischen Einstellung immer selbst eine Entscheidung treffen muss, welche gesundheitliche, welche medizinische Maßnahme er ergreift. Klar, safe. Es gibt Strafvorschriften im Heilmittelwerberrecht. Man soll nicht anpreisen, Medikamente und sie verkaufen wollen. Einer schreibt gerade, Bro, was hast du denn mit Tobias Huch? Der nimmt immer wieder deinen Namen als Titel. Warum? Fragezeichen. I don't know. Vielleicht ist er in love, bro. Komischerweise, seitdem ich einmal diesen Stream angelassen habe und da durchs Bild gelaufen bin und Dinge gezeigt habe, die man eigentlich nicht sehen sollte, da hat das angefangen, oder? I don't know. Maybe he's in love, bro. Ich kenn den nicht. Noch nie den Namen gehört. Bonbons oder irgendein anderes normales Produkt, das eben keinen Arzneimittelcharakter hat, keinen Heilmittelcharakter hat. Und gegen diese ganzen Dogmen des Heilmittelwerberechts ist permanent verstoßen worden, indem gesagt wird, es ist nur ein Pieks. Die ganzen Promi-Werbekampagnen, die gelaufen sind, es ist nur ein Pieks mit dem Pflaster auf dem Arm, sind für meine Güte für hoch irritierend gewesen. Skandalös. Ich komme wegen meiner zweiten Impfung. Karpendal. Hello again. Das habe ich noch nie gehört. Was ist das denn? Habe ich seit über einem Jahr nicht im Arm gehabt. Deshalb was? Wir beleidigen hier nicht. Keine Ausdrücke, meine lieben Freunde. Mit einem kleinen Pieks holen wir uns unser Leben wieder zurück. Mit einem kleinen Pieks holen wir uns unser Leben wieder zurück, Digga. Ey. Fang an zu meditieren, fang an zu beten, finde zurück zu Gott und in die Liebe rein, dann kriegst du dein Leben wieder. Freiheit. Guck mal, sogar der Dalai Lama hat mitgemacht, nicht nur ver... Danke, Scheiße. Was beim Dalai Lama noch rausgekommen ist, im Nachhinein wissen wir ja alle, glaube ich. ...werben für die Impfung. Charité-Mediziner und Regierungsberater Leif-Erik Sander lobt regelmäßig das sehr gute Sicherheitsprofil der zugelassenen Impfstoffe und behauptet... Da sind Millionen Euro geflossen, Milliarden Euro, Mann, Digga. Wenn du allein mit der Impfung so viele Milliarden machst, Digga, so ein paar C-Promis zu bezahlen, damit die ein bisschen Werbung machen, ist das kleinste Übel. ...bei Kindern gäbe es keine relevanten Nebenwirkungen. Gleichzeitig leitet Sander über mehrere Monate hinweg ein Online-Seminar zu Corona-Impfstoffen von Pfizer. Ein klarer Interessenskonflikt, den er weder in seinen Publikationen erwähnt, noch bei seiner Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestages. Obwohl Pfizer angibt, den Vortrag vergütet zu haben, schreibt Sander auf Twitter, er habe nie Geld erhalten. Wenn Sie mit der Pharmaindustrie zusammenarbeiten und Geld oder andere Vorteile erhalten oder ein großes Risiko besteht, dass Sie diese geheim erhalten, dann sollten Sie niemals als Berater für die Regierung arbeiten. Das ist sehr einfach. Das ist sehr einfach. BioNTech erhält hunderte Millionen Euro Steuergelder und streicht gleichzeitig Milliardengewinne ein. Im Laufe der Impfkampagne wird der Preis auch noch erhöht. 15,50 Euro auf durchschnittlich 23,20 Euro. Das sind ganze 50 Prozent. Denn er ist ein Gigant und dennoch so sympathisch bescheiden, dass man ihn einfach mögen muss. Sahin, das merkt man, geht es nicht um das Geld, das BioNTech jetzt verdient, sondern um die... Digger, ich will nicht wissen, wie viel er ihr bezahlt hat, dass sie so über ihn redet, wa? Das haben wir doch eben gesehen, dass er offensichtlich Lügen verbreitet hat. So. Und da siehst du auch, was die Bild teilweise... Also die haben ja... Die switchen ja... Die switchen ihre Meinung auch wie eine Unterhose. ...für die ganze Welt. Wenn er spricht, dann vor allem über seine Kollegen im Labor, die... Klar, Digga, Alter. Man merkt, man sieht es in seinen Augen, Digi. Weißt du, wie ich meine? Der Chef von BioNTech, dass der kein Geld machen will, sondern dass das Menschenwohl ihm am Herzen... Genauso wie man das bei Klaus Schwab in den Augen sieht, bei Bill Gates. Du spürst einfach diese Vibes, so diese Energy, so der ist für uns da. Das ist so wie ein Messias sind diese Leute, weißt du, sind wie Propheten, Digi. Wir müssen denen folgen, weil die wollen uns frei machen, Bro. Tag und Nacht an der Impfsensation gearbeitet haben. Und auch jetzt hört er nicht auf, denn Shahin will so viele Impfdosen wie nur möglich produzieren. Zu welchen fatalen Fehleinschätzungen Angst und Panik führen können, zeigen die gigantischen Mengen an Impfstoff, die sich die EU gesichert hat. 4,6 Milliarden Impfdosen im Wert von 71 Milliarden Euro hat die EU-Kommission bestellt, die Hälfte davon verbindlich, die andere Hälfte über Optionen. Das sind 10 Impfdosen pro Person, von Säugling bis Greis. Verimpft wurde aber nur eine knappe Milliarde. Der Rest muss entsorgt werden. EU-Kommissionschefin von der Leyen versucht jetzt zumindest noch aus einem Teil der Verträge mit Pfizer wieder rauszukommen. Einen fairen Ausstiegs-Deal hat das Pharmaunternehmen allerdings nicht angeboten. Dazu der EU-Abgeordnete Martin Sonneborn. Das ist auch, wenn man da noch mal ein bisschen mehr mies recherchieren will, wenn ich das so sagen darf, an der Stelle kann man sich gerne auch mal so einfach mit der Schweinegrippe auseinandersetzen und was da damals passiert ist. Da wurde nämlich auch schon ein Impfstoff hergestellt und da wurde auch in den Medien erzählt, dass es Millionen Menschen töten wird etc. Bis dann Leute wie Dr. Wolfgang Wodak sich zusammengetan haben und ein Gremium gegründet haben, was den Interessenskonflikt zwischen Pharmaindustrie und Politik aufdecken sollte oder feststellen sollte. Und die sind zu dem Schluss gekommen, dass es da einen riesen Interessenskonflikt gibt, dass Schweinegrippe nicht tödlich ist und dass wir nicht impfen dürfen. Das ist einfach eine Geschichte, die kann man sich auch noch mal reinziehen. Das war so ein bisschen auch so ein Vorversuch. Während Berichte zutreffen, dann schlägt die Kommission vor, die Pfizer gegenüber bestehende Zahlungsverpflichtung in Höhe von 10 Milliarden Euro durch eine Pfizer gegenüber bestehende Zahlungsverpflichtung in Höhe von 10 Milliarden Euro zu ersetzen. Zu dem Deal mit Pfizer kam es im Mai 2021. Unter anderem über SMS-Nachrichten handelte von der Leyen einen Vertrag über bis zu 1,8 Milliarden zusätzliche Impfdosen den bereits bestellten aus und machte Wir sind in Kontakt per SMS, meine lieben Freunde. Geil, ne? ... damit entgegen EU-Wettbewerbsrecht zum alleinigen Marktführer. Weil von der Leyen die Verträge geheim hält, ermittelt jetzt die EU-Staatsanwaltschaft. Richtig so. Ein Vertragsdetail, das bekannt ist, ist, dass die EU-Mitgliedstaaten Entschädigungszahlungen für mögliche Impfschäden übernehmen müssen. Es ist wirklich ein Riesenskandal. Ein Unternehmen macht Milliardengewinne, wickelt diese über Steueroasen mit niedrigsten Zinssätzen ab und die Haftung für das Produkt übernehmen dann wir, die Steuerzahler. Wow, das ist, wenn man das mal so runterbricht, wie sie das gerade gesagt hat, dann ist das einfach nur krank. Das ist einfach nur krank. Wir treffen Bianca Spielmann in Duisburg. Die 45-Jährige arbeitete früher Ehrenat... Okay, wir machen hier einen kleinen Cut, meine lieben Freunde. 38 Minuten. Geht noch eine Stunde ungefähr diese Dokumentation. Ich werde mir diese Dokumentation definitiv noch zu Ende reinziehen und im nächsten Stream wieder auf einen Teil reagieren. Ich liebe euch, meine lieben Freunde. Vergesst das nicht. Verliert die Hoffnung nicht. Verliert die Liebe in eurem Herzen vor allen Dingen auch nicht. Lasst euch nicht kaputt machen von diesen ganzen Informationen. Alles passiert aus einem Grund. Alles passiert aus einem Grund. Das ist nur eine Sache der Perspektive. Diese ganzen Sachen sind passiert, damit wir anfangen zu denken. Und das sollten wir daraus ziehen. Wir sollten nicht traurig sein. Wir sollten nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir sollten sagen, ja, das ist jetzt gekommen, damit ich daraus lernen kann. Damit ich mir das angucken kann und damit ich sagen kann, ich lebe ein freies, selbstbestimmtes Leben und, 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 ja, bin ich selbst so. Also, ich küsse euer Herz. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch alle. Wir sehen uns im nächsten Video und wir werden uns die Dokumentation definitiv zu Ende angucken. Gein. Peace.